Liebe Studentinnen und Studenten, wir sind hier im Kurs Systemisch Denken und Handeln und ich möchte das Video dieses Monats unter das Thema stellen, was ist eigentlich systemisch. Ich bin angeregt worden durch einen Beitrag einer Studentin, wo die Rede war von der systematischen Schleife und vom systematischen Management und ich muss ehrlich gestehen, dass ich da ein bisschen leergisch bin, weil natürlich klingt systemisch und systematisch sehr ähnlich, aber es kommt mir eigentlich bei allen Kursen darauf an, das Verständnis zu schärfen, worum es bei systemischer Sichtweise geht und systematisch ist ganz etwas anderes. Und darum, es mag vielleicht nur ein geringer Fehler sein und vielleicht ist die Bedeutung, ist denen, die systematisch schreiben, meinen ohnehin systemisch und es ist ihnen die Bedeutung, sie haben die Bedeutung von systemisch im Hinterkopf, wenn sie systematisch schreiben und trotzdem, das ist auch wie ich, wenn ich in der Fachhochschule unterrichte und einer der Studentinnen und Studenten spricht von systematischer Organisationsentwicklung, da streiben sich bei mir alle Haare und da muss ich wirklich sehr massiv darauf hinweisen, dass es da einen Unterschied gibt und ich muss mich auch sehr irgendwie beherrschen, um nicht zu glauben, dass jemand, der von systematischer Organisationsentwicklung zum Beispiel spricht, wirklich verstanden hat, was systemisch ist. Und weil mir das so wichtig ist, habe ich für diesen Monat beschlossen, alle meine Videos in diesem Monat unter dem Gesichtspunkt zu verfassen. Was ist der Unterschied jetzt zwischen systemisch und systematisch? Was ist der Unterschied zwischen systemischer Organisationsentwicklung oder systematischer Organisationsentwicklung? Was ist der Unterschied zwischen systemischem Management und systematisch? Oder auch bei der Beratung, was wäre denn systematische Beratung und was ist systemische Beratung? Also es kann sein, dass sich die Videos, wenn Studentinnen und Studenten mehrere Kurse gebucht haben, zu denen ich Videos mache, dass das vielleicht ein bisschen redundant ist, weil natürlich manche Argumente und Aspekte sehr ähnlich sind. Aber es gibt ja auch viele Studentinnen und Studenten, die nur Einzelkurse gebucht haben oder nur einen meiner Kurse oder der Kurse, wo ich auch die Ehre habe, die Videos dazu zu machen. Und für die möchte ich einfach in jedem Kurs diesen Fokus auf den Unterschied zwischen systemisch und systematisch legen. Um den Begriff systemisch zu erklären, müsste man eigentlich die gesamte Systemtheorie erklären und es ist daher eine doch etwas größere Herausforderung, das in der kurzen Zeit zu tun, die für so ein Video eben zur Verfügung steht und damit es auch nicht allzu langatmig und langwierig wird. Also ganz kurz gesprochen, Systematisch heißt, dass ich etwas nach einem bestimmten System abarbeite. Also ich mache, wenn ich jetzt eine, weiß ich nicht, Anzahl von Kindern habe und ich will, dass alle einmal mündlich geprüft werden, dann kann ich systematisch vorgehen und zwar nach dem Alphabet zum Beispiel und den ersten, der mit A beginnt, als erstes prüfen und den letzten, der mit Z beginnt, als letztes. Das wäre ein mögliches System und im Gegensatz zu systematisch, das wäre unsystematisch oder vielleicht kann man auch sagen chaotisch, aber jedenfalls nicht so vorhersehbar. Ich kann einfach mit dem Zeigefinger auf einen auf die Liste tippen und dort, wo mein Finger zufällig landet, den nehme ich als erstes dran. Das wäre dann auch in gewisser Weise ein Zufallssystem, aber ich kann auch zum Beispiel würfeln. Ja, das wäre, oder ich kann mir gar nichts überlegen und einfach den ersten, der mir in die Augen sticht, dann nehmen. Wenn ich jetzt welche Aufgabe auch immer ich habe, kann ich systematisch vorgehen oder nicht systematisch. Das ist aber jetzt keine besondere Herausforderung. Viele Menschen tun sich leichter, wenn sie etwas systematisch abarbeiten, weil dann kann man nichts vergessen. Wenn ich zum Beispiel suche, weil ich irgendwo meinen Schlüssel liegen habe lassen, dann kann ich dorthin gehen, wo ich zuletzt gewesen bin und dort suchen. Ich kann auch dort suchen, wo meine Schlüssel üblicherweise liegen und wenn ich ihn gar nicht finde, dann kann ich ganz systematisch einen Raum nach dem anderen von einem Quadratzentimeter oder einem Quadratmeter starten, quer durch den Raum und wieder zurück und so weiter und alles ganz systematisch absuchen, sodass mir kein Platz entgeht, wo der Schlüssel sein könnte. Das wäre systematisch. Also soweit so einfach und so klar, dass es das systematisch mit systemisch nichts zu tun hat, auch wenn es ähnlich klingt. Und systemisch ist natürlich viel schwerer erklärt. Da müssen wir als erstes auf den Unterschied zwischen einem sogenannten trivialen System nach Heinz von Förster und einem nicht trivialen System beleuchten. Und das klingt jetzt auch wieder etwas kompliziert. Ein triviales System ist nichts anderes als ein einfaches, ein durchschaubares System. Trivial heißt nur, dass es simpel ist. Also ein, was weiß ich, ein Zigarettenautomat wäre ein simples System. Ich weiß, ich muss oben Geld hineinschmeißen, dann muss ich einen Knopf drücken und dann kommt die gewünschte Zigarettenmarke unten heraus. Und solange diese Maschine, dieses triviale System funktioniert, ist es ganz einfach, simpel, durchschaubar und ich kann das x-beliebig wiederholen, solange bis die Zigaretten aus sind, dann kommt natürlich nichts mehr. Und im Gegensatz dazu steht eine nach Heinz von Förster nicht triviale Maschine und damit meint er eigentlich keine Maschine, sondern da geht es immer um oder in einer etwas vereinfachten Form kann man sagen, es geht immer um etwas Lebendiges. Also ein kleiner Hund, ein Baby, ein Mensch, ein Team, eine Organisation, eine Firma, eine Gesellschaft sind nicht triviale Systeme. Also Systeme, die nicht von vornherein durchschaubar sind, die nicht steuerbar sind, wo immer ein gleicher Input, den ich tätige, niemals den selben Output erwarten lässt oder niemals mit Sicherheit den selben Output erwarten lässt. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, viele von uns kennen das. Man ist verheiratet oder lebt in einer Beziehung und es gibt eine Partnerin oder einen Partner und wir wissen, je nachdem, wie die Partnerin oder der Partner aus der Arbeit zum Beispiel oder aus einer schwierigen Besprechung nach Hause zurückkommen, sind sie entweder gut aufgelegt, weil alles gut funktioniert hat und fröhlich oder lassen die Ohren hängen und sind gedrückt, weil irgendwelche Schwierigkeiten sich nicht lösen haben lassen oder was auch immer, weil es Konflikte mit dem Chef gegeben hat. Wir kennen alle solche Situationen und wir wissen ganz genau, wir kennen unsere Partnerin oder unseren Partner und in manchen Situationen wissen wir, was wir tun können und vermuten zu wissen, wie diese Person dann reagieren wird. Und wenn wir unsere Partnerin und unseren Partner gut kennen, dann haben wir ein bisschen ein Gefühl dafür, welches Verhalten unsererseits dann angebracht ist, wenn es jetzt darum geht, dass jemand fröhlich nach Hause kommt oder wenn es darum geht, dass jemand nach Hause kommt und man sieht, er oder sie lässt die Ohren hängen und ist irgendwie bedrückt. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was wir tun können und die einen wissen, okay, wenn mein Partner so mit Schwierigkeiten heimkommt, dann braucht er einfach seine Ruhe, dann ist es am besten, wenn ich ihn nicht anrede oder wer anderer braucht Trost und Gespräch oder wie auch immer. Aber worauf ich hinaus will, Menschen können unterschiedliche Stimmungen haben und je nachdem, wie die Stimmung ist, reagieren sie auf den selben Input ganz unterschiedlich. Wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, machen wir uns ein Fläschchen Prosecco auf, um zu feiern und es kommt jemand aber aus einer Situation und es ist ihm gar nicht mit Feiern zumute, dann wird er wahrscheinlich meine fröhliche Initiative nicht besonders gut finden und mürisch ablehnen. Und wenn jemand gut gelandt nach Hause kommt, dann ist dieselbe Intervention, wahrscheinlich fällt sie auf fruchtbaren Boden und es wird ein lustiger und ausgelassener Abend. Also wir sehen, ein nicht triviales System, also ein lebendiger Mensch reagiert je nach innerer Beschaffenheit, nach innerem Zustand unterschiedlich auf dieselbe Intervention. Und es sind nicht nur zwei unterschiedliche Zustände, sondern die Zustände eines nicht trivialen Systems können unendlich viele unterschiedliche Ausprägungen haben, sodass wir eigentlich nie sagen können, wie unser System auf eine bestimmte Intervention reagiert. Und wenn wir auch Erfahrung gesammelt haben, dann wissen wir trotzdem nicht, ob ein weiterer Versuch wieder die gleichen Ergebnisse bringen wird oder nicht. Und das wäre jetzt mal der Unterschied zwischen einem trivialen System, einer Maschine, einem Auto, einem Fotoapparat, einem Handy, einem Computer. Das sind zwar sehr komplizierte, triviale Systeme, aber sie sind immer trotzdem noch beherrschbar, sie sind berechenbar. Man kann sie zerlegen in seine Teile und man kann sie wieder zusammensetzen. Das kann man auch bei einem Menschen nicht. Und das ist der Unterschied triviales System, nicht triviales System. Und Systemtheorie beschäftigt sich mit nicht trivialen Systemen und damit, wie wir mit dieser Unberechenbarkeit, mit dieser Eigenwilligkeit, mit dieser Undurchschaubarkeit, mit dieser Unsteuerbarkeit von nicht trivialen Systemen umgehen können. Und systemisch bedeutet daher, dass ich mir, wenn ich systemisch denke, wenn ich systemisches Management betreibe, wenn ich systemische Organisationsentwicklung betreibe, dann bedeutet das Wort systemisch, das Eigenschaftswort systemisch bedeutet dann, dass ich mir des Unterschieds zwischen einem trivialen und einem nicht trivialen System wohl bewusst bin und dass mein Handeln die Besonderheiten eines nicht trivialen Systems berücksichtigt. Was heißt das jetzt in der Praxis? Rein theoretisch heißt das, ich gehe davon aus, wenn ich es mit einem nicht trivialen System zu tun habe, dass ich nicht wissen kann, wie es reagiert, dass ich mehrere, wenn ich jetzt eine bestimmte Reaktion auslösen möchte, dass mir klar ist, ich brauche mehrere Versuche. Die systemische Schleife ist ein Modell, wie wir sozusagen durch Versuch und Irrtum uns immer weiter annähern können an ein effizientes und wirkungsvolles Handeln oder an einem wirkungsvollen Umgang mit einem nicht trivialen System. Wenn ich aufgrund eines systemischen Zugangs handle, dann ist mir auch bewusst, dass ich nicht triviale Systeme, also Menschen, Teams, auch Haustiere zum Beispiel oder Kinder oder eben große Organisationen, auch Gesellschaften, dass es nicht möglich ist, hier meinen Willen zu 100 Prozent durchzusetzen und ein System zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen. Das geht nur, wenn man sozusagen mit vorgehaltener Pistole Macht ausübt und auch dann ist es nicht möglich, ein bestimmtes Verhalten zu erzwingen. Wir sehen das zum Beispiel jetzt bei den Unruhen in Teheran. Das System, das politische System möchte diese Unruhen und diese Aufstände niederschlagen und mit Waffengewalt wird das auch versucht und trotzdem riskieren Menschen ihr Leben, um für Freiheit und Gleichheit zu demonstrieren. Das bedeutet, man kann ein System eigentlich nur zerstören von außen mit Gewalt und manchmal kann man es auch durch Drohung sozusagen so beeinflussen, dass es seine nicht seine Nicht-Trivialität verliert. Das heißt, wenn ich jemanden mit vorgehaltener Hand zwinge, etwas zu tun, was er nicht will, dann wird das vielleicht tun, weil die Drohung, das Leben zu verlieren, einfach einen sehr starken Zwang ausübt. Aber garantiert funktioniert es auch nicht, weil Menschen selbst unter Androhung von Todesfolge ihre Eigenwilligkeit bewahren und versuchen sich selber zu retten oder ihre Freiheit zu verteidigen. Also es sind jetzt alles Extrembeispiele natürlich, aber um deutlich zu machen, wenn ich systemisch denke, dann muss muss mir klar sein, dass ich Ziele oder Ergebnisse nur gemeinsam mit dem System, mit dem ich agiere, erreichen kann. So und was heißt das jetzt für unser Verhalten im sozialen Zusammenleben? Das heißt, dass hierarchische Formen des Umgangs eigentlich obsolet sind, dass es nicht reicht und auch nicht funktionieren kann, wenn wir jemanden anderen zu einem bestimmten Verhalten bestimmen und zwingen wollen. Das ist im Kontext von Mitarbeiterführung genauso relevant wie im Kontext von Pädagogik zum Beispiel. Wir können auch Kinder nicht zu einem bestimmten Verhalten mit Gewalt zwingen, sondern wir können solche Steuerungsinterventionen nur setzen und müssen akzeptieren, dass das System, das wir steuern wollen, auch seine Eigenwilligkeit in diesen Steuerungsprozess einbringt. Das heißt, es ist immer ein Co-Produktionsprozess von Ergebnissen, wenn wir mit nicht trivialen Systemen uns auseinandersetzen. Und das gilt für die Sozialarbeit, das gilt für die Pädagogik, das gilt für die Beratung, das gilt für das Management, das gilt für die Psychotherapie und das gilt für alle Bereiche, wo wir es mit Menschen oder lebendigen Systemen zu tun haben, dass wir die Eigenständigkeit und Eigenwilligkeit dieser Systeme akzeptieren müssen und das ist die Grundlage dafür, dass wir überhaupt Steuerungsziele erreichen können. Und wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir uns auch klar machen, dass ein hierarchisches Gehabe, ein soziales oder psychologisches Gefälle von Über- und Unterordnung einfach in so einem Zusammenhang nicht angebracht ist. Das heißt, weder eine betriebliche Hierarchie noch ein autoritäres Erziehungssystem sind angemessen, wenn wir diesen systemischen Ansatz akzeptieren. Das heißt, systemische Ansätze in der Pädagogik, in der Therapie, im Management sind immer auch egalitäre Ansätze. Das heißt, wenn wir systemisch agieren, handeln und steuern wollen, dann müssen wir auch versuchen, auf Augenhöhe mit anderen zu kommunizieren und deren Eigenwilligkeit, deren eigene Ideen, deren eigene Vorstellungen in unsere Steuerungsbemühungen einzubeziehen. Und gemeinsam mit anderen können wir dann Ergebnisse erreichen und diese Ergebnisse sind sind natürlich nicht genau die, die das gesteuerte System haben will, sind aber auch nicht genau die, die ich als der, der steuern möchte, beabsichtige. Das heißt, es ist ein Koproduktionsprozess und es muss immer davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis des Steuerns Kompromisse sind, weil ein hundertprozentiges Dominieren eines anderen lebendigen Systems de facto nicht möglich ist. Also das systemische Ansatz, das systemische Denken impliziert auch auf der Ebene, auf der das ernst nehmen, dass Systeme eben so beschaffen sind. Also wenn wir diese Realität des Seins von Systemen akzeptieren, dann müssen wir versuchen, eine Haltung zu entwickeln, die andere respektiert. Also Respekt, Achtung, Kommunikation auf Augenhöhe, überhaupt Kommunikationsorientierung, weil durch Kommunikation wird sozusagen, werden die unterschiedlichen Interessen, die unterschiedlichen Wahrnehmungen, die unterschiedlichen Zielsetzungen erstens bekannt und zweitens können sie durch die Kommunikation und durch die Diskussion auch angeglichen werden. Also ihr seht, wir haben die Zeit für so ein Video schon etwas überschritten. Es gibt da noch sehr, sehr viele Implikationen, die wir aus dem Begriff systemisch ableiten können. Zum Beispiel geht das bis in die Philosophie hinein, wenn wir zum Beispiel über Schuld oder Schuld und Sühne nachdenken, dann impliziert ja unser herkömmliches Konzept von Schuld, dass jemand etwas tut, wo er von vornherein wissen hätte können, dass es Auswirkungen hat, nämlich negative auf andere Personen, die man in Kauf nimmt oder die man sogar absichtlich hervorrufen möchte. Jetzt ist es im Umgang mit Systemen allerdings so, dass wir nie wissen, was wir mit unseren Handlungen auslösen, dass wir es nicht wissen können und dass daher, wenn ich etwas versuche und es kommt dazu, dass die Dinge nicht so funktionieren, wie ich das gewollt habe, dass ich erst im Nachhinein wissen kann, ob es ein Fehler war oder nicht, ob es funktioniert hat oder nicht und auch, ob vielleicht Schaden entstanden ist oder nicht. Das heißt, das Konzept von Schuld ist bei einem systemischen Denken irgendwie auch obsolet, weil man es eben vorher nicht wissen kann bei komplexen Systemen, was nachher herauskommt und darum ist im philosophischen Zugang das Konzept Schuld nicht ein brauchbares, genauso wie das Konzept Wahrheit oder Richtigkeit kein brauchbares Konzept ist und wir ersetzen das Konzept Schuld zum Beispiel durch das Konzept Verantwortung, nämlich wenn ich weiß, dass meine Interventionen unabsehbare Folgen haben, dann muss ich natürlich mit meinem Handeln sehr vorsichtig vorgehen und sozusagen im Kleinen erst Dinge probieren, um herauszufinden, welche Auswirkungen unter Umständen das nach sich ziehen kann. Und auch bei der Frage der Wirklichkeit gehen wir nicht davon aus, dass es diese objektive Wirklichkeit gibt, sondern dass wir unsere Wirklichkeit konstruieren in dem Sinn, dass wir die wenigen Eindrücke, die wir von der äußeren Wirklichkeit haben, zu einem Bild zusammenfügen und dieses Bild dient uns dazu, unsere Interessen oder unsere Ziele in einer Umwelt erreichen zu wollen und wenn dieses Bild uns hilft, diese Ziele zu erreichen, dann ist es brauchbar. Ob es realistisch ist oder wie real dieses Bild überhaupt ist und was überhaupt aus unserer Sicht als Realität angesehen werden kann, über das machen wir uns keine Gedanken, sondern es geht um die Frage, haben wir mit diesem Bild einer Wirklichkeit eine gute Grundlage in der Auseinandersetzung mit der Umwelt unsere Ziele zu erreichen. So und jetzt muss ich aufhören, weil man hier natürlich noch unendlich viel weiter diskutieren kann. Ich hoffe, es ist gelungen, den Unterschied zwischen systemisch und systematisch darzulegen und ich hoffe, dass ich in den Beiträgen von den Studierenden den Begriff systematisch noch mehr dort lese, wo er auch wirklich passt. Alles Liebe. 2 2 3 3 5 6 6 16 20